Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Donnerstag, der 16. März. Wir haben heute Abfallentsorgung. Sinnvolle Neuigkeiten. So früher Stunde, aber ich habe doch auch noch einiges anderes für euch mit dabei. Zum einen Facebook-Stories, WhatsApp und Telegram, Bosch und Videa, Gerüchte Nummer 1, Twitter, Rich Cards, Evie, Arrow, Fossil, Gerüchte die Zweite und Edge. Und damit ich durch die ganzen News durchmach, beginne ich doch gleich mal ohne grosse Umschweifen und weitere Exzessen. Sprich, das erste ist Facebook-Stories. Der liebe Herr Zuckerberg hat es jetzt geschafft. In all seinen Apps ist jetzt dieses Vergängliche mit drin. Jippie jay, jetzt sind alle Messenger gleich. Wir hatten es gestern gleich in der Aufnahme von der News, die kommt in den nächsten Tagen online davon. Da hat der Achim eine interessante These aufgestellt. Hört da mal rein, unbedingt. Wie gesagt, es solltet ihr in den nächsten zwei, drei Tagen auf einen Mutter-Podcast online gehen. Die zweite News ist, WhatsApp und Telegram haben Sicherheitsrücken, und zwar richtig heftige Sicherheitslücken. Die wurden von Checkpoint, diejenigen, die Sicherheitsforscher, die das gefunden haben, schon zu Beginn des Monats gemeldet und auch schon ausgeliefert. Wenn ihr also eine der beiden Apps nutzt, solltet ihr die Updates, die es aktuell gibt, einspielen. Das besonders Schöne ist für diejenigen, die den Status nicht mochten, den neuen bei WhatsApp. Der ist im allerneuesten Update jetzt nicht mehr mit drin. Bosch und Nvidia kooperieren zusammen und hauen der Autoindustrie quasi einen vor den Latz. Bosch macht ja schon auch bei E-Bikes einiges, ja, ziemlich vorwärts. Und jetzt gehen sie auch auf die Autos los. Und was sie da genau tun, am besten daily.giktok.ch, schaut euch den Bericht auf T3N mal ein bisschen genauer an. Sehr, sehr interessant, in welche Richtung das geht. Und ja, Bosch, sehr sympathische Firma, muss ich sagen. Gerücht Nummer 1. Im April soll es kommen, das neue mit 4K-Display und USB-C. Das Surface Pro in der fünften Version oder Generation, wie man es nennen mag. Ich bin schon sehr gespannt. Ich werde mir in der nächsten Zeit mal das 4er sicherlich anschauen. Vielleicht gehe ich dann auch gleich aufs 5er. Mal schauen, wann es kommt. Würde ja Sinn machen. Twitter, das könnt ihr ja mit diversen Apps verbinden. Sei es Twitter-Accounts, also Twitter-Apps, um zu twittern und Tweets zu verfolgen. Aber auch diverse andere Autotweets und all die ganzen Geschichten, Logins und so weiter. Ich sage immer wieder mal im Geek Talk, im News-Format, checkt die ganzen Apps, die ihr da drin habt. Weil jetzt wurde eine dieser Apps eben gekapert und es konnten ein paar lustige oder eben nicht ganz so lustige Hacker aus der Türkei sich Tweets absetzen in Richtung Deutschland und Holland. Sehr, sehr unschön. Deshalb schaut nach, welche Apps ihr mit eurem Twitter-Account verknüpft habt, wenn die Schreibrechte haben und ihr die nicht unbedingt braucht. Alles ausmissen. Schliessliches Frühling. Putzen und so angesagt. Rich-Cards, das sind ja diese lustigen Karten, die Google hat in der Suche, die mit zusätzlichen Informationen angereichert sind. Und die weitet Google jetzt aus. Denn in Deutschland wurden jetzt auch die Bilder-Rich-Cards ausgerollt. Heisst, wenn ihr nächstens ein Rezept sucht und zum Beispiel bei chefkoch.de landet, müsst ihr nicht mehr auf deren Webseite, sondern bekommt das Ganze schon schön in so einer Karte aufbereitet. Wir hatten es diese Woche schon mal, oder besser gesagt, ich hatte es ja diese Woche schon mal von diesem My Android, Android Me oder wie das hieß. Google wollte mit euch herausfinden, welche Lounger, welches Wallpaper und welche App-Icons am besten zu euch passen. Dazu ein kleiner, minimalistischer Lounger. E-Wi, wie man das auch immer ausspricht, ist wirklich ganz, ganz ein Sleeker. Ein ganz knapper Homescreen, der nur wenig anzeigt. Dafür eine prominente und auch anscheinend gut funktionierende Suche hat. Was heisst anscheinend, ich habe zumindest all das gefunden, was ich auf meinen Droiden hatte. Wenn ihr also auf der Suche seid nach einem neuen Lounger oder einfach mal etwas Neues ausprobieren möchtet, schaut euch den Eevee-Lounger an. Und mit Loungern geht es auch gleich weiter. Den Arrow, den ich ja gerne nutze, den Lounger von Microsoft, den gibt es jetzt endlich auch für Android-Tablets. Nicht nur das ist gekommen, also sprich nicht nur Aufbohrung für die grossen Geschichten, es sind auch noch ein paar weitere Features hinzugekommen, zum Beispiel, dass man im App-Drawer auf die horizontale Ansicht wechseln kann und so ein paar kleine Individualisierungsgeschichten, so wie Wallpaper von Bing und so weiter, sind mit reingegangen. Schaut euch die beiden Lounger doch mal an und vielleicht hat der ein oder andere Hörer auch mir einen Tipp, was ich sonst noch mir anschauen könnte, weil bis jetzt wurde ich nicht wirklich warm mit einem, außer eben beim Arrow, wo ich jetzt seit ein paar Monaten fest sitze, aber es ist doch noch nicht ganz so das, wo ich es hinsuche. Dann bleiben wir gerade in der Google-Ecke, besser gesagt bei Android Wear 2.0. Fossil beginnt jetzt endlich auch mit dem Ausrollen von Android Wear 2.0. Tagheuer, da dauert es ja noch bis Ende des Monats, also Ende März, dann kommen die Updates. Bei Fossil, es schaut so aus, als ob man es schon vorher bekommen würde. Ich muss nachher gleich mal meine von der Ladestation nehmen und schauen, ob ich da schon ein Update bekommen habe. Gerüchte, die zweite, habe ich das beim Anteasen genannt. Ich kann es schon seit Jahren nicht mehr hören, diese ganzen iPhone-Gerüchte. Kaum ist ein neues Modell vorgestellt, geht es keine fünf Minuten, tauchen schon wieder die ersten Gerüchte auf. Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer und immer mehr Medien nehmen sich dem Ganzen an. Logisch, weil man kann da Gerüchte drum machen. Und aktuell wechselt sich das Gerücht ja täglich ab. Einmal hat es ein gebogenes, dann wieder ein nicht gebogenes, dann bleibt es wieder beim 2,5D-Display und dann soll es dann doch wieder wie beim Samsung-Edge-Smartphone sein. Ich warte mal bis in September und höre dann Apple an der Keynote zu, was wir da genau bekommen werden. Alles andere ist eh in die Glaskugel geguckt. Weiter geht es auch gleich mit Apple. Da wird ja ein bisschen an den Schrauben gedreht. Diverse Apps, die noch auf 32-Bit sind, werden ja den Herbst nicht überleben. Sprich, ab iOS 11, das im Herbst erscheinen wird, wird es da einen Ausschluss geben. Und anscheinend sind das zumindest aktuell, wenn es keine Updates mehr gibt, knapp an die 200.000, obwohl da wurde ziemlich heftig gerundet, 187.000 iOS-Apps, die es nicht schaffen würden, sofern eben nicht bis im Herbst dann noch ein Update zu denen kommt oder wie auch immer. Gut, bei der einen oder anderen App bin ich auch froh, wenn die es nicht überlebt, wenn die Entwickler da sich nicht mehr weiterentwickeln, dann ja, passt es halt auch und muss man sich ja nach Alternativen umschauen. Habt ihr da die eine oder andere App, die ihr verlieren werdet dadurch? Gerne in die Kommentare oder via Social Media. Dann noch zu guter Letzt, wir hatten es zu Beginn, ein bisschen mit Sicherheit, Thema eben Twitter-Apps kontrollieren. Passwörter ist ja immer auch so ein Ding. One Password ist ja da meine Anlaufstelle. Auf der Windows-Seite surfe ich ja gerne mit dem Edge-Browser, genau wie auf der macOS-Seite mit dem Safari, also immer mit Bordeigenen Mitteln. Da bin ich halt eigen oder gehöre halt noch zu denen, die das so tun. Auf jeden Fall haben die ja vor kurzem eine Erweiterung erhalten, also Plugins, die man dazu installieren kann. Und jetzt neu mit dabei ist OneLogin, der ein Browser-Plugin bekommt. OnePassword ist anscheinend noch dran, etwas umzusetzen. Ich werde mir bis dahin mal dieses OneLogin anschauen. Was nutzt ihr da auf Windows-Seite? Gerne in die Kommentare, das würde mich Wunder nehmen. Ja, viele Themen, doch innerhalb von kürzerer Zeit als auch schon. Besten Dank fürs Reinhören. Wir haben, oder ihr habt das Vergnügen nochmals, ich hoffe es doch im Vergnügen, mich morgen nochmals zu hören. Am Freitag mein letzter Tag, bevor ich dann wieder an den Achim übergebe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören. Euch einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns wieder. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.